Hallo Leute, hier ist der Stefan von Autarkimga und heute gibt es mal was anderes. Heute gibt es mal ein Update zu dem Video von letzter Woche mit dem Stromengpass der Stadt Oranienburg und heute dürfen wir echt mal was machen. Wir dürfen uns alle auf die Schultern klopfen, denn wir haben tatsächlich mit der Community einiges erreicht, Freunde. Und das freut mich mal richtig. Zum Video, das war ja wirklich so, ich habe das irgendwann, ich wollte gerade ins Bett gehen, es war so halb zwölf Uhr nachts am Mittwoch, als ich noch diesen Artikel gelesen habe, von der Märkischen Allgemeinen, Oranienburg geht der Strom aus, das sind die Konsequenzen. Ich habe dann natürlich sofort angefangen zu recherchieren, was ist dort passiert, etc. Ich habe mir meine Gedanken gemacht bis zwei Uhr morgens, habe quasi dieses Video, das Skript geschrieben, am nächsten Morgen bin ich um 8 Uhr hier ins Büro, habe dann das Video gedreht, sogar mit KI geschnitten, damit es so schnell wie möglich online geht. Und Leute, es hat etwas gebracht. Denn ihr habt dieses Video kommentiert, ihr habt dieses Video geliked, ihr habt dieses Video vor allem geteilt und das ging so weit, dass wir tatsächlich hier auf Platz 6 der YouTube-Charts gekommen sind, oder YouTube-Trends, wie es das schon heißen, was natürlich gigantisch ist und das hatte Auswirkungen. Denn Daniel Wetzel von Welt hat dieses Video gesehen und hat daraus einen Artikel gemacht. Und dieser Artikel hat sich vervielfältigt und es kam wirklich diese ganze Woche lang, jetzt mal wenn ich heimgekommen bin und ich habe Welt eingeschaltet, dann kam letztendlich dieses Thema in mehrere Sondersendungen, es wurden Experten eingeladen. Also Leute, diesmal haben wir wirklich etwas bewirkt. Es geht jetzt sogar so weit, dass Habeck einen Energiegipfel dann am Dienstag eingerufen hat, mit den ganzen Betreiber etc., was man denn dort machen könnte. Also es geht nicht mehr lang nicht mehr nur um Oranienburg, sondern es geht darum, dass das ja überall passiert. Es gibt natürlich auch die Stimme der Energiewendebeförderung, wie unsere Claudia Kempfert, die natürlich sagt, nein, 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 das ist ja alles ganz anders. Aber okay, einer Stadt geht der Strom aus. Mein Video, erster deutscher Stadt geht der Strom aus. Man merkt schon, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Der ersten Stadt geht der Strom aus, heißt es in sozialen Medien. Also hier der Hinweis auf mein Video. Normalerweise macht man es bei Journalisten so, dass man die Quelle angibt. Das hat Herr Wetzel hier leider nicht gemacht. Deswegen nehme ich mir dann auch raus, dass ich euch diesen Plusartikel gewisse Zeilen mal vorlese. Wenn ihr schon mich nicht erwähnt, dann habe ich eine Gut bei Welt und den nutzen wir dann auch gleich einmal. War ein interessanter Artikel, der quasi eigentlich auf mein Video aufgesetzt hat, mein Video in Artikelform gemacht hat, noch ein paar Sachen dazu gemacht hat. War also ganz interessant. Wie gesagt, es geht momentan darum, für die, die das nicht wissen, die das Video nicht gesehen haben, in Oranienburg ist es so, dass die einfach gesagt haben, wir stoppen jetzt alles. Also es geht nicht mehr nur um Wärmepumpen, um E-Lader oder solche Sachen, Industrie, es geht um alles. Ich baue gerade ein Haus und habe noch keinen Anschluss beantragt. Bekomme ich noch einen Netzanschluss, fragt ein besorgter Oranienbürger. Nein, lautet die Antwort der Stadtwerke. Wir können bis auf weiteres keinen neuen Stromhausanschluss anbieten. Wird, so wie es jetzt ausschaut, sogar auch noch ein paar Jahre dauern. Außer Sie lassen sich irgendwas eifern. Der erste Stadt geht der Stromhaus, kommentieren Beobachter der Lage in den sozialen Medien. Dort wird spekuliert, dass der Fall Oranienburg nur ein Vorgeschmack gibt auf das, was noch in vielen Kommunen droht, wenn im Zuge der Energiewende weiter verlässliche Kraftwerke abgeschaltet werden, während zugleich der Ausbau der Stromnetze mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und großer Stromverbraucher wie Wärmepumpen nicht Schritten halten kann. Ist da etwas dran? Logischerweise klar. Also es geht in diesem Fall ja nicht darum, die Stromproduktion, in dem Fall geht es ums Verteilernetz vor Ort. Weil die einfach für das nie gebaut waren und jetzt eigentlich komplett umgebaut werden müssen, habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, dass dieser Umbau alleine 150 Milliarden Euro bis ins Jahr 2030 kostet. Laut Auskunft Barbie Haller von der Bundesnetzagentur, der Stellverräterin von Klaus Müller. Zum erhöhten Strombedarf habe unter anderem der starke wirtschaftliche Wachstum, der Zuzug von Neubürgern nach Oranienburg sowie der verstärkte Einbau von Wärmepumpen geführt, stellt die Bürgermeister Alexander Laessike fest. Das ist also das, was hier die Stadtwerke Oranienburg auch quasi uns mitgeteilt haben in ihrer Pressemitteilung. Das klingt so, als handelt es sich um ein singuläres von Missmanagement, ein singulärem Fall von Missmanagement, nicht um ein strukturelles Problem, weil die haben letztes Jahr das erkannt, haben dann angefordert beim Netzbetreiber, aber das Problem ist aber, technische Netzanlagen wie Trafos sind am Markt nur noch mit langen, zum Teil jahrelangen Wartezeiten zu bekommen. Denkst du gerade letztes Jahr, sind sehr viele unsere Trafos in die Ukraine, dann werden bei uns natürlich sehr viele Trafos gebraucht, weil überall die Netze überlastet sind und dann kam natürlich im November noch das verhängnisvolle neue Gesetz mit dazu, der Paragraf 14a und das ist natürlich das, dass quasi jetzt jeder sagen kann, wenn ich ein E-Auto laden, ein E-Lader haben möchte oder eine Wärmepumpe einbauen möchte, dann darf letztendlich der Versorger nichts mehr dagegen sagen. Grundsätzlich besteht für Netzbetreiber die allgemeine Pflicht, Anschlussbegehende an ihr Netz anzuschließen, teilte die Bundesnetzagentur zum Fall Oranienburg mit. Das gilt auch für steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpen oder Ladeeinrichtung für Elektroautos, was ich gerade gesagt habe. Nach der jüngsten Vorschrift im Energiewirtschaftsgesetz 14a darf der Verteilernetzbetreiber den Anschluss steuerbarer Verbraucher nicht mit dem Verweis auf mangelnde Kapazität im Netz ablehnen oder verzügen, da diese zur Teilnahme einer netzorientierten Steuerung verpflichtet sind. Das war eine Vorschrift, wo man einfach gesagt hat, man kann dann auch diese Wärmepumpen und E-Lader ja begrenzen. Da habe ich ja im Oktober, glaube ich, schon ein Video dazu gemacht und gesagt, dieses wird zu solchen Problemen führen. Ich habe ja gedacht, es gibt dann eher zu Stromausfälle, die gab es auch schon, aber hier hat Oranienburg einfach gesagt, okay, wenn wir die nicht ablehnen können, dann müssen wir eine Komplettsperrung machen. Es geht nicht anders. Es gab dann also auch mehrere Sondersendungen zum Thema dazu. Also eigentlich lief gerade am Montag, lief den ganzen Tag auf Welt dieses Thema. Ist also echt hochinteressant, Wärmepumpen schuld, die Problematik droht in den nächsten Jahren zuzunehmen. Es wurden mal Experten eingeladen. Und hochinteressant war, dass eben auch die Stadtwerke Oranienburg gesagt haben, dieses neue Gesetz hat auch dieses Problem verstärkt, weil halt jetzt jeder hergekommen kann. Der gesagt hat, naja, ich habe es vor drei Jahren mal probiert, wollte einen E-Lader mit 22 Kilowatt. Den habe ich nicht bekommen. Jetzt kriege ich den plötzlich. Ich weiß gar nicht, warum man unbedingt 22 Kilowatt einen Lader braucht. Aber okay. Aber selbst der 11 Kilowatt ist ja auch schon eine ganze Menge. Nach Deutschland, dort schlägt die erste Stadt Alarm. Oranienburg in Brandenburg kann keine Neubauten, Wärmepumpen oder Gewerbeanlagen mehr ans Stromnetz anschließen. Der Grund, das Stromnetz könnte sonst überlastet werden. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es, Oranienburg habe das Stromnetz viel zu langsam ausgebaut. Die Stadtwerke weisen den Vorwurf zurück. In der Union wird unterdessen die Kritik laut, dass die Energiewende zu einem größeren Stromverbrauch führe und die Netze darauf nicht vorbereitet seien. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat jetzt zu einem Netzanschlussgipfel eingeladen. Danke, danke. Also ich höre sogar, es ist bis zum Habeck hochgedrungen. Das muss man sich mal vorstellen. Wer weiß, ob das nicht wieder untergegangen wäre, wenn ich dieses Video nicht dazu gemacht habe, ich das so oft geteilt hätte, dann wäre es halt nur in den lokalen Nachrichten gewesen und ansonsten hätte sich wahrscheinlich keiner dafür interessiert, wie es halt leider meistens der Fall ist. Natürlich gibt es auch die Stimmen wie unser aller Liebling, die Professor Claudia Kämpfer, die natürlich sagt, Stromengpass in Oranienburg ist natürlich nur ein Einzelfall. Einzelfall käme ja schon aus anderen Sachen. Im Brandenburgischen Oranienburg schwächelt die Strominfrastruktur, Neubauten können keine Hausanschluss, Wärmepumpen oder Ladestation haben. Energieökonomin Claudia Kämpfer, der erklärt in ihrem Klimapodcast bei MD aktuell, worum die Sache für diesen Einzelfall liegt. Kämpfer zieht die Ursache für den Stromengpass in Oranienburg im Versäumnissen der Stadt. Klar, war mit Sicherheit auch mit Schuld, aber eben diese neuen Gesetze, ohne die hätte man sich vielleicht noch ein, zwei Jahre irgendwo drüber retten können, vielleicht bis der neue Trafo da gewesen wäre. Jetzt gilt das halt einfach nicht mehr. Und bevor es dann zu Stromausfällen kommt, muss ich halt ganz ehrlich auch sagen, ist es mir lieber, dass ich sage, okay, dann stoppen wir ab hier. So bis jetzt hat es ja noch funktioniert, aber jetzt sind wir einfach am Limit. Wer jetzt aber denkt, dass Oranienburg ein Einzelfall ist, Freunde. Netzbetreiber macht 1100 Notabschaltungen, darin da steckt eine gute Nachricht. Naja, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, sind die Notabschaltungen erforderlich, um das Stromnetz vor Überlastung zu schützen, da die installierten Leistungen der Ökostromanlage bereits 136 Prozent des regionalen Bedarfs erreichen. Es geht hier also um den größten Strombetreiber im südlich Sachsen-Anhalt mit Netzstrom. 136 Prozent sind dort teilweise die Netze überlastet. Ist es dann ein Einzelfall? Wohl kaum. Stromnetz in Mitteldeutschland. Mehr Notabschaltungen, Solarboom sprengt Stromnetz. Die erneuerbaren Energien werden in Mitteldeutschland stark ausgebaut. Mit Netz kommt mit dem Leitungsausbau kaum hinterher. Immer öfter werden Anlagen daher abgeschaltet. Also auch das nächste Problem, beim einen ist es der Verbrauch, der immer mehr wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Erzeuger, die hier immer mal wieder mit reinschließen. Trafo-Stationen werden zum größten Hindernis für den Ladesäulenausbau, schreibt vor kurzem noch das Handelsblatt. Für Schnellladestationen werden abertausende Trafos benötigt, doch viel, weil die Bauteile fehlen drohende ehrgeizigen Ausbauziele zu scheitern, Freunde. Haben wir also überall das Problem, dass die Sachen da werden, können aber nicht angeschlossen werden, weil einfach die Trafos fehlen. Derzeit irgendwo, was ich so gelesen habe, zwischen zwei und mehr Jahren, bis so ein Trafo dann da ist. Leute, das ist definitiv kein Einzelfall. Schaut euch mal her, was BR24 letztes Jahr gepostet hat, wo es noch Kapazitäten im Stromnetz gibt. Alles, was rot ist, Kapazitäten begrenzt, grün ist noch aufnahmefähig. Man kann fast sagen, wir reden hier von nicht ganz 50% aller Netze. Und das, Freunde, ist schon extreme Menge. Und so gab es dann zum Beispiel auch in Bayern, dass hier an diesem 16.07. letztes Jahr, zwischen 16 und 17 Uhr, beziehungsweise eigentlich über die ganze Zeit, waren 11.292 Anlagen mit Windfotovoltaik wurden vom Stromnetz genommen, weil keiner den Strom gebraucht hat, beziehungsweise weil die Stromnetze diesen Strom ja nicht speichern können und in dem Fall auch nicht transportieren können. Denn jedes Stromnetz kann einfach nur eine begrenzte Anzahl von Strom transportieren. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Insofern, Leute, wir haben einiges geschafft. Es gibt jetzt plötzlich eine Diskussion, das kam auch in ganz viele andere Zeitungen. Es ist plötzlich in die Köpfe der Leute drin, dass unser Stromnetz an seine Kapazitätsgrenzen stoßt, dass eben der 14a vielleicht nicht der beste Wurf war, was ich schon im Oktober, November gesagt habe, wo ich dafür noch als auch so ein Schmarrn und Schwurbler und was weiß ich als was bezeichnet wurde. Jetzt haben wir den Beweis. Ihr habt den Beweis weitergeteilt und er ist mittlerweile in viele, viele Köpfe drin. Und immer mehr Leute haben verstanden, oh, mit der Energiewende funktioniert es vielleicht doch nicht so gut, wie uns das immer mitgeteilt wird. Das sollte nur ein kurzes Video sein, weil ich bin auf dem Energietagekongress, wo ich mir viele Dinge anhören. Vorher war Klaus Müller da etc. Mal schauen, ob da noch was Interessantes kommt, was ich euch dann auch mal präsentiere. Wenn ich einsteige für die Frage, wie sich die Stromkosten entwickeln, dann hangle ich mich mal kurz rückwärts. Weil das eine sind die absoluten Kosten, über die wir reden. Das andere ist natürlich das, was pro Kilowattstunde zu bezahlen hat. Und das kann man sich, leichter Rückgriff auf alte Mathematikkenntnisse, immer als Bruch vorstellen. Es kommt nämlich darauf an, welche Netzkosten für die Menge des transportierten Stroms infrage kommen. Das entscheidet letztendlich darüber, was bei den einzelnen Personen, bei den Akteuren ankommt. Es sind aber bereits die nächsten Sondersendungen bei mir in der Mache. Die eine ist vom Ostersamstag. Ihr seht, ich schaffe einfach nicht mehr mehr. Wo mir eben der Sahara-Staub unsere Stromnetze ans Limit gebracht hat. Und in letzter Zeit haben wir öfters ans Limit. Wir haben Sprünge drin in der Frequenz. Das ist abartig und das macht alles keinen Spaß mehr. Insofern, Kanal abonnieren, bleibt dran. Ihr bleibt immer auf den neuesten Nachrichten. Wisst, was los ist. Und bitte teilt diese Videos auch weiter, so wie Sie es da gemacht haben, damit es auch in die Köpfe drin ist. Damit wir vielleicht dieses Land, diese Stromversorgung, wieder ein Stück sicherer machen. In diesem Fall sage ich dann einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Atakimka. Fährt euch! Du bist es da.